Ja, das sind so Aufgaben, deswegen, ich habe es bei den anderen Sachen dann halt nicht gefilmt, nicht mit aufgenommen, weil das wirklich alles lange, 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 lange Sache ist, die irgendwie ja doch relativ gleich ist. Passiert ja nicht so viel. So, hier können noch ein paar Blätter da oben hin. So, und dann gucken wir uns den schon mal von weitem an und finden, dass der auch nicht anders als die anderen aussieht. Haben wir also soweit erstmal ganz gut gemacht. Und das Ganze machen wir dann gleich, ups, nochmal eben so, dass wir hier vielleicht ein bisschen auch ein bisschen das Ausgefranst bekommen. Muss ja jetzt nicht überall oder so, so richtig groß sein, aber so ein bisschen an der Seite noch dran geklatscht. So ein bisschen. So, wir malen uns eine Minecraft-Welt. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann gesagt, dass ich Minecraft eher male als baue. Aber das ist natürlich auch gelöst, denn das stimmt natürlich gar nicht. Alles gebaut, nichts gemalt hier, gar nichts, außer vielleicht die Texturen oder so. Aber das zählt ja nicht. Das ist ja kein richtiges... Das zählt ja nicht. So, dann sind wir da schon mal einmal rum. Und jetzt müssen wir unten noch ein bisschen was verlegen an Laub. Laub, 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 laub. Laubt mir das. Ach, bitte laubt mir das doch. Ist das erlaubt? Na komm. La, 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 la. Überall, überall Blätter eben. Ja, dann eben nicht so tief. So, zack. Und, oh, also, wie gesagt, eine relativ langweilige Arbeit hier. wo man auch wirklich blöd in den Fingern wird, weil dieses Überkopfsteuern ist, finde ich immer sehr das überfordert mich das überfordert mich total ich mache es trotzdem was tut man nicht alles was tut man nicht alles zuck 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 ja der ist mal nicht so hier muss noch eindeutig ein bisschen ein bisschen dicker hier da ist noch einer ohne fahrschein dicker 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 dicke mehr Laub so da noch oh der ist auch noch komplett unbelattet kein Feigenblatt vor dem allerwertesten Holzgestell vor der Latte. Kein Feigengestell. Kein Feigenblatt vor seiner Latte. Das ist aber nicht so das ist anzüglich. Das ist anzüglich, weil wir hier nicht werden. So. Oh, das wird ja gleich schon wieder hier dunkel. Oh ja, dann muss ich mal eben kurz make a day, make my day. Make my day, make my day. Das ist auch okay. Hier da drunter können wir noch ein paar klatschen. Oh, der hat auch noch keinen vor der Latte. So, das soll wohl jetzt so langsam mal gut sein. Ja, ich finde das kann man so locker so durchgehen lassen. Ich nehme mal eben ein Schlückchen aus dem Glas. Ach du Kacke, da oben ist ja noch so einer. Ähm. So. Und nee, machen wir mal da hin. Ähm. Wobei, ich glaube, der wächst gar nicht. Das mache ich hier so rund um in nicht allzu weiten Abständen pflanze ich ein paar Bäumchen, aber man muss dabei auf eines achten. Oh, habe ich da habe ich da den falschen? Machen wir mal da. Man muss dabei auf eines achten. Da kommen wir gleich zu. Das machen wir gleich. äh, weil die Bäumchen sollen ja auch nicht so hoch werden. Hm. Ich nehme noch mehr da dran. Und zwar eins, zwei, drei, vier. Ja. In der Hoffnung, dass dort ein Baum wachsen will. Nee, kann er nicht. Dann machen wir den etwas. Ach doch, kann er vielleicht doch. Okay. Dieser muss dann nicht ganz so hoch, weil sonst kommen da so die ganz hohen Bäume und die ganz hohen Bäume wollen wir hier nicht. Also müssen wir dann den Deckel draufsetzen. Dass die nicht höher werden als, ach, das ist eigentlich auch schon zu hoch. Ich weiß aber nicht, wie die Mindesthöhe für Dschungelbäume ist. Deswegen muss ich hier mal ein bisschen testen gerade. Und diese machen glaube ich mal alle relativ gleich hoch. relativ gleich hoch. So, ist aber ganz, also optisch ganz wichtig, finde ich. Na. Na. Zweimal den gleichen Fall schon mitgeklickt. Ist ja auch super. Ja, sag mal. Aber das soll wohl gehen. Ist vielleicht sogar schon zu hoch, oder? Ach nee, das geht. Ich glaube, ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. Ja, das geht. So, mal eben schnell gepflanzt hier. Und jetzt warten wir natürlich nicht, sondern machen die groß, indem wir mit Knochenmehl den packen wir mal weg. Zack. Ah ja. Okay, der geht. Der geht auch. Der auch. Der auch. Na, sehr schön. Der ist auch nicht so hoch. Auch nicht so hoch. Nicht so hoch, finde ich nämlich ziemlich wichtig. Und dann den einen noch. Den machen wir von außen. Der geht nicht, weil das Geländer da irgendwie stört. Habe ich irgendwann mal festgestellt. Jetzt müsste er aber eigentlich gehen. Müsste. Theoretisch müsste er wachsen können. Kann er aber nicht. Oh nein. Ich stürze. Warum kann der nicht wachsen? Und wenn wir den zwei höher machen, ich hoffe, er wird es nochmal. Oh los, wachs doch. Komm, wieder weg. Wachs. Wachse. Was stört den denn? Na, dann machen wir hier noch mehr weg. Hauptsache der wächst. So, gut. Ja, dann müssen wir das Geländer halt nochmal eben neu setzen hier. Das ist ja auch jetzt nicht so dramatisch schlimm gewesen. Das geht ja. Das kriege ich bestimmt irgendwie hin. So, dann müssen wir hier natürlich das Laub entfernen. Das waren jetzt Laubsägearbeiten. So, ich glaube, so finde ich geht das. Und jetzt ganz wichtig, nicht vergessen, oh Gott, das habe ich noch nicht mal irgendwann vergessen, müssen wir die Dingsda da, Bumsda, weg, Bumme, wegdingsen. So. So. Damit hätten wir den ja auch schon fast und es fehlt noch hier hinten so ein bisschen, so ein bisschen, ach, die Erde muss ja auch noch weg. Und das machen wir jetzt auch mal gleich. Ui, viel Kleinarbeit für so ein komisches Gestell hier. Also nicht, ob ich mir das so richtig überlegt habe, das hier so zu bauen. aber, naja, okay, jetzt sei es drum, da muss ich jetzt durch. Und vielleicht gibt es ja auch bessere Möglichkeiten noch. Ich weiß auch gar nicht, was hier noch so alles hinbekommen kann. Gretel Turio hatte gestern irgendwie im Kommentar geschrieben als Antwort, ja, könnte man sich so ein bisschen wie Lothlorien aus der Heer der Ringe vorstellen. Da glaube ich, komme ich nicht ganz hin, weil das wäre dann doch zu filigran und irgendwie auch zu fein. So, finde ich, hatte jetzt weniger ganz, also weniger so elegant gedacht. Also schon schick, aber nicht so elegant. Auch nicht so abgehoben, glaube ich. Aber nur mal gucken. Ah, ich habe ja eine wichtige Sache noch vergessen. Und zwar habe ich vergessen, das überhaupt hier anzubinden. Da ist natürlich jetzt dummerweise so ein Baum im Weg, der dann wohl weichen muss. Ja, nicht schlimm. Da hier. Dann machen wir den eben weg. So. Weg damit. Ja, mal gucken, wohin die Reise geht hier. mit dem. Und dann muss das da auch weg. Da müssen wir ein Geländer machen. Und dann müssen wir hier vielleicht dann doch die Ebene so ein bisschen noch rausarbeiten. Oh, da müssen wir auch noch richtig rausarbeiten. Hier so schön rausarbeiten. Nein, den nicht den. So, und dann machen wir auch hier mal wieder mit was heißt die Treppe. und dann gucken wir mal wie wir da weiter enden können. die können wir ja auch da dran setzen. So. Ah, dann ist das Geländer natürlich verkehrt. Das Geländer ist vollkommen verkehrt. Der ist ja okay. Oh, den haben wir auch schon wieder falsch gesetzt. Und dahin habe ich gesagt. Ach, na ja, geht ja noch. Ist ja nicht so dramatisch schlimm jetzt. So, ich glaube, das war's schon. Ne, hier ist auch noch verkehrt. glaube ich. Und, ja, okay. Damit hätten wir das auch. Dann können da oben auch noch ein bisschen Laub hin. Und da unten vielleicht auch noch ein bisschen. und damit wäre dann die erste Teilblattkorb schon fertig. Und dann machen wir jetzt mal die zweite. Dann kommt da ein Baum hin. Da ein Baum. Da ein Baum. Ja, das sieht jetzt sehr symmetrisch aus. Den wollte ich ja unbedingt haben. Und dann da vielleicht noch. Hier an der Ecke ein bisschen mehr, weil da haben wir ja den einen gerade weggenommen. dann muss dieser hier dann wieder auffangen. So, jetzt weiß ich wieder nicht, wie viel. Ich probiere mal mehrere Sachen aus. Das könnte auch schon fast reichen. Und dann müssen wir gleich noch wieder ein bisschen Laub setzen. Und dann ist gut. Dann haben wir das ja schon geschafft. Hier diese eine Ebene. Der muss weg. Haben wir ja die eine Ebene schon geschafft. Und dann mache ich dann wahrscheinlich auch erst mal eine Aufnahme. Pause. Oder so. Mal gucken. Ach, auch weg. gedacht. Ach, hier können wir mal einen machen, der so ein bisschen höher ist. Einen, der so ein bisschen höher ist. Wenn er denn dann überhaupt so hoch wächst, das ist ja auch immer nicht gesagt. Die wachsen ja alle irgendwie unterschiedlich. Ich möchte das auch noch vor der Nacht schaffen. Das sollte jetzt nicht ganz so dramatisch werden. Wichtig sind mir nur diese beiden. Und den nochmal vielleicht nochmal einen Block flacher. So, Pflanzen. Das wird natürlich eng da an der Stelle. Fangen wir mit dem Höchsten an. Zack. Ach, der ist natürlich super hoch geworden. Naja, egal. Was soll's. Klappt schon alles irgendwie. Der klappt bitte auch. Ja, alles wunderbar. Dann wollen wir gleich ein bisschen Dörten auch wegmachen und dann mache ich nee, jetzt mache ich gleich erst Tag. Komm, los bitte. Sind auch alle nicht ganz so hoch? So, okay. Make my day. Und dann pflanzen wir da gleich einfach wieder ein bisschen Dörten. Quatsch. Ähm, Laub. Ja, das sieht doch wunder, wunderheller West aus. Da haben wir glaube ich noch einen übersehen. Naja, ich mag's zumindest. Ich mag's zumindest. Ich mag dida, dida, didi, 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 wie geht das noch? Und ganz doll nicht. Ich mag dadadadada, dadadadadada, dadadadada, dadadadada, oh man, Lieder aus meiner Kindheit. Nein, ich bin da kein großer Fan von, aber das ist halt von früher. So, Stimmenlagen, wechsel hier mal ein bisschen jetzt in Ernst aus der Sache raus, schaufeln, ein bisschen nicht mehr ganz so verbissen, kommentieren, hier lieber ja Sommer, bitte. So. Noch einmal drum rum, so schön geflogen, nicht? Oh, und dann soll das wohl gut sein auch. Ach, wenn wir dann hier schon sind, machen wir hier mal noch so eine einigermaßen lange. So, das war dann der nächste Ast. Okay, dann fehlt noch einer und dann fehlt noch quasi da oben die Baumkrone. und dann muss ich mir dann überlegen, ob ich da noch hier landende Dingsterbumster fahren, nee, Dingster, Ranken, Ranken dann setze, oder aber auch nicht. Aber das sollte jetzt erstmal für so einen Zwischenstand hier bei dem Let's Join gewesen sein, so sieht es im Moment aus und mehr gibt es dann demnächst in diesem YouTube-Kanal. Bis denn, Tschüss.